Ne, da ist irgendwas schiefgegangen. Aber doch jetzt zu diesem elektrisierenden Duell. Salo mit Motoren... Motorschaden, ja. Problemen, ach, das ist mehr als ein Problem. Großes Problem. Get out, get out. Get out, raus aus dem Auto. Gleichzeitig ist auch Jano Trulli verendet, hier. Beziehungsweise der Renault. An der Spitze, Kimi Reykönig gegen Michael Schumacher. Was für ein Duell. Boah, das Ding ist richtig geplatzt. Kimi Reykönig fährt 17 plus 11, den 28. Grand Prix. Hat er die Nerven und das Können, Michael Schumacher hinter sich halten zu lassen. Hinter sich halten zu können. Bis zum nächsten Mal. Shehen.